Und los geht's auf die zweite Tour, zweiter Tag. Dienstagmorgen sind direkt mal beim Regen losgelaufen, beziehungsweise eben gerade standen wir noch, haben wir natürlich hier im Bissball schon gemacht und sobald wir den ersten Schritt gemacht haben, fingen wir es an zu tröpfeln, aber es geht. Unser Ziel ist heute da oben, ihr seht, schön die Sonne scheint. Ein paar Beute sind am Start, aber wir werden es heute auf jeden Fall durchziehen. Mit Husten und Würgen, aber es wird klappen. Und wenn nicht, fahre ich mit der Gondelbahn wieder zurück. Tief im Wald drinnen, ganz ganz hoch auf dem Berg, fast an der Spitze. Ich weiß nicht, ob man die Aussicht hinter mir erkennt. Aber, wollen Sie gerade durch? Können wir auch. Dankeschön. Pass auf, mal ein kleines Päuschen. Danke. So, hier mitten im Wald, den Wenner entdeckt. Rüß dich Wenner. Jetzt ist die andere eifersüchtig. Ja. Ja. Du musst scheiß liegen. Oder? Wahnsinn. Scheiß liegen. Und? Rüßchen. 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 Der可 mach. Danke, meine Schwester. Dann bin ich auchом- Die Büsper. discerniert aus. Ich lasbe auf. Nichts. Ich lasse. Und find was. Okay. Philipp, In Ordn에서. Das war's.